Ich habe auf meiner Reise nach Russland einige Klischees revidiert und Vorurteile abgelehnt. Winston Churchill soll gesagt haben, Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Also ich finde das nicht. Ich bin bewegt von der Herzlichkeit und Wärme der Russen. Wenn man sie nicht kennt, muss man sie halt besuchen. Ich denke, es bleibt nicht bei diesem einen Mal. Ich komme wieder. Und Michael, weißt du jetzt, wie die Russen wirklich sind? Ich finde gar nicht so viel anders als wir Deutschen. Russland war wirklich eine Reise wert. Dann steig ein. Wir können uns unsere Nachbarn nicht aussuchen. Aber wir können lernen, sie besser zu verstehen. Es lohnt sich.